Hi, Hola! Mein Name ist Susi und euch sind die Leute. Wenn ihr unsere Videos sehen wollt, dann wollt ihr euch vielleicht im Markt haben. In der letzten Woche habe ich noch nicht Videos abgeloht. Dort erst werden wir uns in diesem Video zeigen, worum wir dort nicht mal neu gekommen sind. Dann habe ich noch ein Exiting Announcement, was wir hier wollen, uns auf jeden Fall das Video noch bekommen werden. Wenn ihr uns wieder dreht mehr Leute, was wir auf jeden Fall das Video wählen, dann habe ich dort nicht geplant, dass das Video ausfallen wird und es war dort nicht erst. So, ja, das Video haben wir auch lange geplant gemacht. Grundsätzlich wegen dem Projekt, welches wir in einem von dem Video gemacht haben, in dem wir uns gehofft haben. Aber ich habe mir noch nicht verstanden, dass das Video sein wird und es war nicht erst. Ich habe um ein paar Jahre lang geplant, dass ich dort auf jeden Fall noch einen Lohn abgeriert. Und dann habe ich die Doktor schon ab und ich habe dort ein bisschen mit Schlachter und das ist dort dran dran. Und jetzt habe ich dort, jetzt habe ich dort viel Schlachter. Und ich bin in den Hospital und ich bin im Mestreuwerk, was ich dort anbier. Und ich muss mich dort geloht und operieren. So, dann habe ich mich noch einmal angewandt. Und dann habe ich mich da anbierst und dann habe ich mich da anbierst und dann habe ich mich da anbierst. Und dann habe ich mich da anbierst. und dann habe ich mich da anbierst und dann habe ich mir noch in den nächsten Stunden auch noch ein bisschen reingekommen. Und wenn ich da so viel kosten möchte, ob ich das einfach keine Karte machen kann, dann wäre ich da rein. Also, ich wollte hier nicht viel detail sein. Dadurch würde ich alles aufbierst. Aber ich würde mich zu kaufen, und alles wird viel länger, als ich es besser haben sollte. Und am 19. Oktober werden sie mit dem Uw operieren. Wir sind noch ein paar Däute, dass alles so gut ausfallen ist. Sie werden meine Dorm abwechsen. Ich habe mir gedacht, dass ich meine Dorme abwechsen kann. Sie werden dort abwechsen und dann werden sie zurücknehmen. Ich freue mich und ich bin sehr dankbar, dass alles so gut ausfallen. Aber nicht, ich wollte nur nach Uthalen in Storke holen. Wir haben uns nicht nur eine Bräut gemerkt. Wir haben nicht extra irgendwo eine Bräut gemerkt. Jetzt haben wir keine Videos von Bekan Uploading. Wenn ich nicht Storke filmen werde, sind wir uns nicht einig geworden. Wir wollen den Kanal nur in Klienstolz geben. Und wenn es nicht so gut ausfallen ist, dann werden wir auch noch mal posten. Ja, und ich wollte nicht bis zu diesem Kanal sehen. Wie Susi und ich sah in Deutschland, sind es nicht stark genug. Und ich komme noch bis nicht alle nur oder mehr. Wir wollten hier noch einen Klienbett hochladen. Und nicht bis zu diesem Kanal. Der Unterbett-Channel ist auch Simple Songs, wo wir immer den Leuten abdeuten, auch den Menni-Night-Kitchen. Und in solchen Channels heute, wie bei New York dort, wir wenigstens einmal die Werk-Posting leuten. Und wenn das Youtube dort mit abgesagt hat, so lange es nur eine 500-Subscriber sein, dann werden die Channels in den Videos, wann wir die auch Uploading gehen, und nur eine Verstärkung der Ungegruben anerkennen sein. Und so, ich glaube, wann die in den Channels nahe gehen, oder die Videos proben zu finden, wenn die nicht abkommen, dort ist die Überzeugung. Wenn die Channels noch mal so sehr klein sein, deswegen wird Youtube die Videos nachgleich so sehr über die Öffnung bringen. So, wenn die interessiert sind, in den Nern zu gehen, dann wird die Leute in den Channeln lernen gehen, und dann auch Videos nachdragen, durch die die Videos so einternen, in Korrekt so weit mit dem Channel. Wollt euch mal in der Öffnung ist, um Mettwerk, da ich immer jeder Mettwerk ein Gesundheitsvideo uploaden. Und das letzte, was ich abgeloht habe, hat heute sehr wenig dort die Menschen noch beteiligt. Und das glaube ich auch, ob du mit dem, wenn Youtube dort nicht über die Öffnung bringen wird. So, wenn Menschen bloß in den Channeln und Leute lernen gehen, dann kommen die Videos gleich ab, dann sagen sie euch. Du komm immer dort und ich da ab, wo die Menschen oder Dalls dich gekriegt haben. Aber, ja, even da wollen wir auch die da Mettwerk oder, ja, drei Mal wieder weg, uploaden gehen. So, bloß tun wir dir auf Folgen, wollen die die Videos oder sagen wollen, dann würd ich mal in einen anderen Channeln lernen gehen, und dann dann abtreten, wo das euch Videos. Dann kommen die da alle Nörderie ab, was wir haben abgeloht. Wir dachten so, wir würden natürlich ein Klimaschen sein, wo dann wir nicht so viel in den Posten und Videos gemerkt. Und, ähm, wenn wir uns weiter wollen, dann wollen wir ja, vielleicht ein Video merken, wo wir da im Klimaschen sein, wo wir dann wieder wollen. Und, ähm, ja, ich dachte so, wir wollen nicht bis bald abhellen, denn das vielleicht oder wundern, wo wir immer nicht mal Videos mehr in Deutschland, wo wir in ein Hospitur haben. Ja, dort ist, ich denke, wo wir noch mal leben, wo wir haben, wo wir haben, haben, nicht mehr. Und, äh, unten, wo wir nach Deuden, vor zu dem Hospital anschauen, dort wir in die City mehr. So, ja, dass ich sehe, wie wir haben, in Deuden geplant. Und, äh, so, ja, wir haben den en nach Ola und wieder in Hohen und die Hohen dort recordet, die Hohen die Hohen und von Hohen und Noelle und die Hohen wie Noelle und die Hohen und Hohen und Hohen Das Leute sind auf der CD wo wir nicht auf YouTube noch auf YouTube und auf Hohen und die und die Hohen und die Und wie die Mennonitische Poste sind in Manitoba und die werden ganz frottisch. So wenn die Duwann haben von mir bestehren, die kannst du ganz frottisch. Und wie Living Waters geht das dann auf englischem Portage, eben von uns online, die du bestehren. Wiederhören, wir würden die Klima zeigen, wo dann diese Hostage heute abgeht mit der Fährten und Poste, mit euch am Dräumen der Werk. Und dann können wir ja sagen, wot du auch gehen wir. Und dann können wir sagen, ob wir heute nie in der Serie, das Essen wie nach der Serie, das wird wahrscheinlich bloß über Wiener oder bloß bei Wiener anbieten sein. Wobei ja, dass ich gesagt habe, wir wollen die Fuhne machen schon die Website auf das Video, ob unter dem Video haben. So wenn die nicht mehr folgen wollt, die Videodeskription ist, wenn die unter dem Video bei der Klinik fällt, die bloß hochdessen, du wirst dort zeigen, du sind die Links. Und dann kann ich die Fuhne auch wieder online bestellen, wenn die interessiert sind von der Serie. Ja, in wort wir nie im Bild geplant haben, haben sie zu sehen und sagen, dass diese Leute auf der Serie wurden, die wollen wir nicht auf dem YouTube ab. Wir haben geplant, in den 2,5 Monat auf dem YouTube auf den Simple Songs Channel nach Wiener anbieten. Wie nach Wiener war, aber dort werden alles andere sein. Wenn ihr nicht sicher seid, dort würde ich den Teilrund wie Wiener Channel auch in der Description Box nennen, dann kann ich die bloß noch einen guten und dann und subscriben. Bloß dort dort Channels und wenn die Klinik betrachtet wird, dort waren wir abhängende Videos mit den mir Wiener Schlagern ab, dort geht das dann auch weiter. Wenn das dort neu ist, dann kann dort nicht fair, wie ich, wann einer dort noch searching geht, dort wird ungeheuer gerufen, wenn das nach Toe Klinik. So, ja, ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass wir die Klinik nicht posten und wenn wir euch weiter anfangen wollen, dann wären wir auf jeden Fall los. Dankeschön für die Erstattung, Dankeschön für die Klinik und dann hier bei uns, Lothar. Dankeschön für die Klinik. Dankeschön. Dankeschön.